Sicherheit unter dem blauen Schirm Hallo, mein Name ist Gerd Seidnader. Unsere Agentur ist der Flagship-Store vom Vertriebsbüro der Zukunft. Kommen Sie gerne mit in unsere Agentur. Wir sind begeistert vom neuen Ausstattungskonzept der Versicherungskammer Bayern. Einerseits, weil es hochmodern ist, andererseits eine gewisse Ruhe und Leichtigkeit ausstrahlt. Hier unter dem blauen Schirm empfangen wir unsere Kunden. Die Online-Beratungsbox ist ein gewisses Investment. Ich möchte aber auf diese nicht verzichten, da man hier völlig ungestört Online-Präsentationen und Beratungen durchführen kann. Und das bei bester Akustik und sehr guten Lichtverhältnissen. Eine junge Bewerberin, die vor kurzem bei uns war, war begeistert, dass wir sowas anbieten können. Wir sind vom Vertriebsbüro der Zukunft begeistert. Ganz besonders gefällt uns, dass wir unsere Wünsche und Anliegen von Anfang an einbringen konnten. Das war ein kurzer Einblick in unseren Flagship-Store. Hochmodern, up-to-date, mit der Online-Box und doch gemütlich. Die Außenkennzeichnung ist meines Erachtens die schönste, die uns die Versicherungskammer Bayern bisher angeboten hat. Sehr auffällig, aber nicht aufdringlich. Weil Beschützen unsere Leidenschaft ist. Seit über 200 Jahren. Versicherungskammer Bayern von König Max erschaffen.